Wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auch Nummer sicher gehen, dass ich für dich verlehm, dass es nochmal aufdreht. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Das ist mein Komet, das ist mein Komet, das ist mein Komet, das ist mein Komet. So, guck mal, hier, das ist das Messer. Nehmen wir das drüber aus der Hand. Jetzt wird hier angeschickt. Achtung. Das müssen alle sehen. Kommt ein bisschen zusammen, kommt ein bisschen näher hier. Das muss man hier auch sehen. Halt die Fußgänger. Und Achtung. Das sieht ja wunderbar. Wir haben da Gräbworte aus. Was? Das ist toll. Jetzt kommen wir mit Kirch und Banane. Oh, bitte. Lasane! Ja! Heli, Sie kommen mit! Liebe Grüße aus Wernmark! Ja! Ja, das ist toll. Habt ihr das bezahlt, oder warum soll ich den Namen neu sagen? Achso, gut, achso. Alles klar. Okay. Gut, alles klar. Also doch bezahlt. So wie die aussieht, die muss ja von Höhen gekostet haben. Wir haben eine Schmecke. Gibt es die Friseurlandesmeisterschaften? Ja. Nicht schlecht. Du kannst also richtig farb schneiden. Lasst es euch schmecken. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.